Einen wunderschönen guten Morgen vom Flughafen München. Samstag kurz vor sechs. Es gibt keine bessere Zeit, um sich jetzt Richtung Abflug zu begeben. Ja, wohin geht's denn? Nach Kopenhagen und dann weiter nach Schweden. Liga-Finale und alles weitere werdet ihr auf jeden Fall in diesem Video sehen. So, hier Frühstück, on the go geholt. Sehr gute Beleuchtung hier von der Seite. Ja, wir sind auf dem Weg zum Finale der schwedischen Liga. Morgen Nachmittag spielen wir zu Hause. Ich spiele für Malmö, das ist der Serienmeister in Schweden, quasi der FC Bayern. Ja, da fühle ich mich natürlich sehr wohl. Und ja, wir haben ein sehr, sehr cooles Team und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht bislang. Zwei Spiele habe ich ja gemacht. Einige werden es hier auf Instagram gesehen haben. Auf jeden Fall, morgen dann der Finale. So, Malmö, Finale gegen Stockholm heute. Isak Arvidsson. Unsere Team hat die letzten zwei Mal gewonnen. Also, warum sind wir heute die Winner? Was denkst du? Denn wir haben das beste Team, für sicher. Wir haben das beste Team während der ganzen Serie. Und jetzt, wenn wir Sie in der Team für dieses Jahr gewinnen, werden wir natürlich gewinnen. Okay, ja. So, ich denke, das ist genug für jetzt. Ja. Das ist schon Karl. Das ist wichtig. GOOOOO! whatsoever Es war organisiert. Ich möchte so lange nicht eher den Quakenisschen verbringen. NiemorragCalICH Was macht es ein bisschen bis zu? Ich bin froh, dass du mit der Saison nicht verletzt bist, für ein zweites Mal in der Reihe und besonders mit deinen Transfers. Ein sehr guter Transfers. Daniel Massur, all die weg. Bravo! So funny, we're gonna celebrate tonight. How do you say it in German? Tschüss! I want to say thank you to Philip also, he's my roommate. He's helping me to do some great food at home. He's the chef at home. I'm happy to be part of this team and this family, because we are like a family right now. Ja Leute, kurz vor Abflug wollte ich mich nochmal bei euch melden. Wie ihr gesehen habt war's ein sehr, sehr erfolgreicher Final Tag. hier habe ich auch noch mal die kleine goldminze da seht ihr sie das war's von mir aus schweden meistertitel mit malmü geholt und ihr hört von mir